Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo Peppa Ich bin so aufgeregt Wieso denn das, Peppa? Weil ich heute meinen neuen Freund kennenlerne Neuen Freund? Ja! Und wen genau meinst du damit? Ich weiß es nicht Neueben und albern Ich werde ihnen alles zeigen Den Schneeberg, den Strand, alles Sogar Kartoffeltraumstadt Peppa freut sich auf das Spielen mit ihrem neuen Freund Und will ihm alle tollen Orte ihrer Welt zeigen Eine gute Idee, Peppa Ja, Papa Das wird ein Riesenspaß Also, wann kommt denn dein neuer Freund, Peppa? Ganz bald Ich freue mich schon so sehr Sousia Offenbar würde Sousia auch gerne mit Peppas neuem Freund spielen So Dann gucken wir doch mal hier Beginnen wir das Spiel Und total vergessen Fasziniert von diesem Game Willkommen zu einem neuen Video Und wir erstellen jetzt erstmal hier Auf geht's! Suche dir als erstes aus, was du anziehen möchtest Ich bin ein Junge Welche Farbe soll deine Kleidung haben? Blau Toll! Und welches Tier möchtest du gerne sein? Ich bin Da hier Gute Wahl Welche Farbe willst du haben? Diese Könntest du eine Brille tragen? Nein Willst du einen Hut tragen? Nein Sehr gut Wenn du dein Spiel beginnen willst Wähle ja Wenn du noch etwas ändern willst Wähle nein Ja Willkommen in Peppas Stadt Du wirst dir viel Spaß haben Gleich werden wir Peppa treffen Aber vorher sollten wir laufen üben Benutzt den Stick, um herumzulaufen Laufen Ja, ich kann laufen Ich kann ein kleines bisschen springen Und ich kann Ich kann bellen Ich bin ein Hund So eine schöne Blume Geh doch mal näher ran Ja, ich geh zur Blume näher ran Denk dran, den Knopf, um sie zu berühren Denk dran, diesen Knopf zu drücken, wenn er angezeigt wird Okay Der Schmetterling fliegt weg Folgen wir ihm Ja, wir folgen dem Schmetterling Juhu Nanu Ein Zaun blockiert uns den Weg Kein Problem Du kannst denselben Knopf benutzen, um das Tor zu öffnen Manchmal wirst du etwas aus dem Weg räumen müssen, um weiterzukommen Okay Denk daran, diesen Knopf zu drücken, wenn er angezeigt wird Okay Das Tor ist auf, das Tor ist auf, Juhu Oh, hallo Wenn du weitergehst, triffst du dich mit Pepper Ui, das ist ja toll An den Knopf zu drücken, wann immer er angezeigt wird Wer weiß, was dann passieren könnte Oh, eine Pfütze Pepper hat Besuch bekommen Das ist ja aufregend Oh, toll, dass du da bist Willkommen Wir werden ganz viel Spaß haben Du bist da, du bist da Das wird der schönste Tag von allen Ja, ich bin da Ich bin da Ich ziehe mir erstmal hier einen Regenkäpp an Ui Los, lass uns gucken, was hier noch ist Oh, guck mal hier Eine Schatzkarte Mit Bratenhut Das ist bestimmt das DLC Blabla Ja, klar Oh, ich gucke erstmal in eure Mülleimer Können wir, wohin? Ich will mit deinem Papa reden Hallo Pepper Ich sehe, du hast Besuch Hm Okay Ich will was essen Willst du mithelfen? Klasse Ich hab eine Aufgabe für dich Uh Setz dich hier hin Und rühr diese Schüssel für mich um Ich rühre die Schüssel Ich rühre die Schüssel Gute Arbeit Alles ist perfekt vermischt Wir machen einen leckeren Salat aus dem ganzen Gemüse So Okay Was machst du da, Schorsch? Sausia Glück Ha Machst du sie bitte wieder an? Ich möchte lesen Ups, Entschuldigung Blub Hehehe Oh, eine Couch Hm Okay Fernseh Goldfisch Ui Mr. Kartoffel Peppa mag Mr. Kartoffel Du auch? Mama Wutz Hast du meine Brille gesehen? Ich finde sie nirgendwo Ich fürchte nein, Papa Wutz Peppa Warum helft ihr zwei nicht, Papa seine Brille zu suchen? Sie muss hier irgendwo im Haus sein Aber ja, Mama Wir finden die Brille Hm Die Brille Wo ist denn die Brille? Wo können wir die denn finden? Im Mülleimer? Wir müssen weitersuchen Hm Die will mal nach oben Ui Da ist sie Da ist sie Aber die will ich noch nicht Ich gucke erstmal Ist das dein Zimmer? Suchen wir die Brille Nein, ich gucke jetzt hier Ui Suchen wir die Brille Hey Peppa Peppa, was ist denn hier im Karton? Uh Suchen wir die Brille Ah, ich hab mich umgezogen Ja, cool Ah, guck mal He 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 Mein Doktor Doktor Suchen wir die Brille Ich bin Ich bin eine Prinzessin Fliege Oder sowas Suchen wir die Brille Oh mein Gott, ich bin ein Cowboy Ja, 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 ja Du wiederholst Hier Oh mein Gott Bist du nervtötend Bist du nervtötend Ja, wir bringen die Brille deinem Papa Hallo Let's go Ich bin ein Cowboy Papa, Papa Wir haben sie Wir haben deine Brille gefunden Wirklich? Das ist toll Peppa Danke Und dir auch Vielen Dank Schön, dass ihr Freunde seid Ach was Ich bin gar kein Cowboy Ich Ich bin ein Polizist Oder ein Sheriff Ja, Mann Ich bin ein Sheriff Gehen wir mal nach oben Was hast du noch hier so in deinem Zimmer? Spielzeug Das ist mein Zimmer Magst du es? Ich hab einen Korb mit Spielsachen Hallöchen Was macht ihr zwei denn hier Schönes? Mama, Mama Wir spielen mit den Spielsachen aus meinem Korb Ich glaube, Schorsch möchte auch mitspielen Geht nicht Schorsch Wir sind viel zu beschäftigt Oh Peppa Ich bin sicher, ihr könnt alle zusammen spielen Zu dritt Warum spielt ihr nicht fangen? Wie geht denn fangen? Ihr jagt euch gegenseitig Und wer gefangen wird, ist dran mit fangen Okay Du bist Gut Ich lasse euch mal spielen Du bist Ich kann gar nicht in deine Kiste mehr gucken Nein, wieso nicht? Ja Wie lange spielen wir denn jetzt fangen? Du bist Hä? Wurde ich jetzt rausgehen? Spielen wir immer noch fangen? Nein, wir spielen kein fangen mehr, oder? Dann gehe ich nochmal hoch So Lass mal hier in deiner Klamottenkiste gucken Uh, ich bin im Weidraum Fahrer Okay Ziehe mich um Und ziehe mir an Umstehen ist langweilig Ja, ja, ist ja gut Geht irgendwo hin Ja, so Das hier will ich Das ist cool, das Outfit Das behalte ich an Let's go Danke fürs Outfit Und wir gehen mal gucken Was draußen so abgeht Hier in dem Haus ist ja nichts mehr So Wo weiter? Da? Aber das sind Fahrräder Guck mal Uiuiuiui Cool Wollen wir mit dem Fahrräder fahren? Ja, ja Oh Wahnsinn Oh, ich kann auch klingeln Der Wald Aber hier geht's doch nicht zur Oma, oder? Der Wald Kann ich auch wieder zurück gehen? Oh, krass Ich kann auch einfach wieder zurück Ich kann einfach Just for fun Wo ich will Ring, ring Ring, ring, ring Aber ich glaube Die meinte in die andere Richtung Das sah nicht aus Als wenn das Oma wäre Auch betray Die meinte in die breaks Ich will joy An Mir Er 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 Untertitelung des ZDF, 2020